Und jetzt kommst du jetzt zurück? Ja, wie denn? Das ist das hellblaue. Nein, nein, nein. Es geht aber nicht anders. Das war schon da. So war es. Das habe ich nicht gesehen. So, jetzt. Da ist jetzt das Regisportal, da ist das hellblaue. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja, ja, ich habe es geschneit. Jetzt hast du dunkelblau da vorne hin. Jawoll. Okay. Was das auch immer so kompliziert sein muss. Lächel mal in der Kamera. Ne, da laufe ich jetzt nicht unbedingt drauf. Doch, doch, laufe ich drauf. Was ist das jetzt nochmal? Wir müssen uns irgendwie stoppen lassen und zwar. Und zwar so. Ah, ich weiß wie, 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 ich weiß wie. Lass mal kurz. Nehmen wir dann dein Portal weg. Wo ist das, äh, wo ist die Röhre? Die Röhre? Auch da oben. Ja, hier dieses, äh, weiß ich mal was ich meine. So, das heißt, einmal so und dann musst du dein Portal, ah ne, so. Jetzt musst du dein mal da hin. Total. Aber dann, das hat da. Ne, noch ein Stück nach. Ja, warte. Ja. Oh, falsche Seite. Oh, wow, das war aber arschknapp. Warte, ich muss. Das ist ja wirklich der letzte Millimeter noch, ne? Warte, warte, jetzt musst du dein, dein gelbes, äh, dein rotes musst du jetzt da oben hinsetzen. Ah, dein rot. Das war mein rotes. Hä? Da war irgendwas logisch, warte kurz. Alle Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Also, guck mal nochmal. Also, wir müssen auf jeden Fall, dass wir abgreifen. Das mache ich hier oben. Da. Das kommt da hin. Und das kommt da hin. So, ich darf das gelbe Portal, aber. Nein, ah. Ich bin gelaufen. Herzlichen Glückwunsch, die sind gestorben. Ja, schön. Äh, also, gelb da hin. Ah, nee, du musst auf die andere Seite. Fliegen wir erst mal auf die andere Seite. Fliegen wir erst mal auf die andere Seite. Und jetzt schießt das Portal dahin. Ah, na, ah, doch, ja, ja, genau. Dann kann man jetzt von der Seite aus. So, und jetzt musst du das. Ah, du musst zurücklaufen. Du musst, na, nein, wir müssen durch das dunkelblaue durchlaufen. Da sind wir jetzt nicht hier sicher. Dann kann man jetzt mal dunkelblau. Genau. Wunderbar. Läuft doch. Na, wenn ich mal nachdenke, dann geht das auch. Oh, scheiße. Jetzt kann man gar nicht durchlaufen, ne? Jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für einen Test. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Was ist das vergessen? Den hat noch keiner gesehen. Beziehungsweise jetzt, wo die Leute es sehen, sehen sie es ja. Was ist das denn für eine Erklärung? Vergiss es einfach. Ja. Sounds like bullshit. Ist bullshit. So, soll ich dir mal verraten, welche Meldungen ich schon lange nicht mehr gesehen habe? Ich schuf diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Das sagt man nicht. Ich musste klopfen jetzt auf den Tisch. Ich? Ja. Dudududum. Was ist das Klopfen? War das das Klopfen, das Symbol? Shit. Dudududum, ja. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. So, ich check jetzt gerade nicht so wirklich, was ich machen muss. Äh, warte. Muss ich sterben? Nein. Ähm, warte kurz. So, äh, geh einfach auf das Katapult drauf. Das war jetzt eigentlich relativ simpel. Äh, dafür muss man jetzt hier allerdings irgendwie... Wow! Genau, wir müssen hier irgendwie da hochkommen. Ach ja, stimmt. So geht's da. Wow! Ah ja, ja. Das ist sehr seltsam. Weil du, ich war so mit wo, meintest. Hahaha. Wow! Übrigens. Wir fallen hier, ist aber einfach. Das hat euch jetzt kein Rätsel. Ich glaube, daran haben wir letztens mal stundenlang gehacken und hab versucht zu... Jetzt sind wir jetzt wieder hier? Ne. Das ist ein anderes. Hä? Was ist jetzt? Oh! Wie warst du erst das Gelbe hingesetzt? Ja, da. Ach, kann man da durchschießen? Ja, da kann man durchschießen. Ach so, ja gut. Ja, das sollte man schon... Ah! Wow! Ich dachte, hätte ich mir runtergefallen. Äh, ja. Das Gelbe ist da. Kommen wir hier runter? Ach, du bist schon da. Okay. Hätte man recht runter springen können. Wow! Uff. Jetzt musst du das Gelbe ganz schnell... Ach, ich kann ja hinsetzen. Warte. Warte. Da ist man gleich ein bisschen tief, oder? Ja, ein bisschen. Ah! Alter! Alter! Hahaha. Du hast fast einen Herzinfarkt bekommen. Ach, nee. Oh, Mann, ey. Alter Schwede. Dann setz mal dein, äh, dein, äh, 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 ja. Was wollte ich jetzt gerade? Du musst dein... Du musst dein... Ja, genau. ...gelbes da hinsetzen. Ne, 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 warte. Ich muss... Geh mal zu... Geh mal zurück hier rein... Äh, nee. Ähm. Jetzt ist jetzt die Frage... Ach so, doch. Setz mal dein... Du musst umsetzen. Ich darf... Mein Gelbes darf ich umsetzen. Sollte Kanten kann ich mein Gelbes einfach hier hinsetzen. Dann haben wir nämlich deins, ist dann obloflüssig. Und dann, äh, können wir im Prinzip eigentlich gar nichts mehr machen. Ist ja jetzt auch ziemlich geil. Ist wirklich, nee. Aber doch, 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 doch. Indem wir... Ah, warte. Ist da noch was? Nee, da ist nie. Ähm. Ähm. Oh, danke. Sorry. Was? Euer Versagen generiert keine neuen Daten. Es verzögert nur das Unvermeidliche. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich wieder hier. Aber ich kann... Äh, nein. Ja. Ja. Wo bin ich jetzt? Da durch... Ne, warte, warte, warte. Geh wir zurück, geh wir zurück, geh wir zurück. Geh wir einfach hier durch. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bist du jetzt? Hier oben. Hier oben. Hier oben. Guck mal, hier oben. Na, warum machst du das denn auch? Okay, komm, runter. Ne, falsch. Jetzt bist du... Nein, 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 geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein. Und komm zurück. Okay. Jetzt muss ich... Ich rück mal da runter. Ne. Hab ich nicht vor. Ah, warte. Ah, dahinten ist mal. Setz mal dein gelbes... Genau. Jetzt muss ich mein blaues hier hinsetzen und dann... So. Und jetzt musst du... Geh erstmal, geh erstmal wieder zurück auf die sichere Plattform. Geh zurück auf die sichere Plattform. Ja, ja, ich verstehe. Das gelbe wegnehmen. Willst du genau drüber? Ja. Ich hoffe doch. Oh Gott sei Dank. So, jetzt das gleiche nochmal. Ja, da hin. Jetzt musst du es nur irgendwie wegnehmen. Jetzt kriegst du das andere hier. Warte, ich krieg's hin, ich krieg's hin. Na, kann ich jetzt ihn setzen. Das ist der letzte Zentimeter noch von so ner Wand. Glückwunsch. Euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen unter der Wand sind. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Weil die immer wieder aufgebaut werden können. Oh. Hast du das? Nix. Mein Nagel-E-Tui ist aufgegangen und mir sind tausend Sachen entgegengefallen. Was? Mein Nagel-E-Tui. Was, an deinem Laptop, an deinem Computer hast du ein Nagel-E-Tui? Ja. Wenn ich hier nichts zu tun habe. Oh stimmt, der Kaffee steht ja auch im Schlafzimmer. Hm? Der Kaffee steht ja auch in deinem Schlafzimmer. Ja mit deinem Rauch, willst du mich verarschen? Okay, das ist ein Argument. Okay, okay. Ich glaube ich sage es bei mir an nichts mehr. Streng genommen steht meiner auch im Schlafzimmer. Ja, sogar. Ich hab halt auch nur ein Zimmerwohnung. Ja, das ist halt, beim Gregor ja auch hat er nur so ein Zimmer bei unseren Eltern. Kein Kommentar war wieder, ja ich meine, das war ein Kommentar. Ja, das war, äh, der Kommentar des Tages. Was ist jetzt dagegen Knallen? Nö. Wer ist das jetzt gemacht? Nö. Erleben! Du kannst deinen Blutfahren ein bisschen lenken. Achso. Das sah ziemlich behindert aus, aber es hat geklappt, ja. Ich warte darauf, dass du mir die Tür aufmachst. Welche Tür? Ihr Portals. So. Was ist das jetzt für'n Sinn? Weißt du? Wo? Ah, ich weiß wie. Ah, ich bin so dämlich. Das ist nackig. Ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Warte. Ähm. Blau dahin, dunkelblau dahin, okay. Siehst du, da kannst du doch ein Portal hinsetzen, ne, an irgendeiner Wand, oder? Warte. Warte. Ich lass mich selbst mal da hoch schießen. Äh, ja. Kann ich. Ja, dann musst du nämlich jetzt... Du musst jetzt erstmal wieder hier hoch. Warte, du musst jetzt erstmal... Lass dich mal hier hoch schießen. Ja. Hier. Äh. So, jetzt musst du das Portal mitnehmen. Dann musst du dich jetzt da hoch schießen lassen. Au. Kannst du das vielleicht doch mal so machen, dass ich da durchkomme. Warte, warte, warte. Fort. Alter, wieso spawnt denn in meinem Haus ne Spinne? Ja, danke. Das kann doch nicht sein. Ja, ist das ausgeleuchtet? Ja, ja, komplett. Ja, das ist manchmal ein bisschen buggy. Von innen aber auch nur. Du musst vielleicht von außen ein bisschen mehr ausleuchten. Ja. Eigentlich müsste das schon erreichen. Eigentlich schon, aber manchmal kommen da auch Monster durch. Innen hab ich heute die Festbeleuchtung, Alter. Hier wollen wir nicht lang, oder? Nee, das... Ah, super toll. Hier haben wir wirklich gar nichts mehr. Wir können hier gar nichts mehr machen. Ähm. Doch, klar, wir können das... Ja. Jetzt müssen wir hier einfach wieder runter. Und durch das Gelbe durchgehen. Was was ich meine? Ja, warum haben wir das gerade eben nicht selbst schon vorher gemacht? Weiß ich nicht. Komm mal wieder hier runter. Hä? Haha, doch. Sichtig. Also so komplizieren wir das jetzt auch nicht. Nee. Oh, du hast Glück, dass du überlebt hast, weil ich gerade durch dieses Portal durchgegangen bin. Ich habe die Tür oben offen gelassen, deshalb ist die Spinde wahrscheinlich reingekommen. Ja, ist mir ein bisschen gefährlich. Oh, wo bin ich? Alter! Ah, nein! Oh, die! Ich weiß noch, ich erinnere mich noch, dass diese Kammer total schrecklich war. Meinst du? Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, weil das einfach so eine logische... Ich meine, wenn wir jetzt direkt durchkommen, dann bin ich stolz drauf, ja. Aber ich weiß, dass wir da mindestens eine Stunde oder auf jeden Fall eine halbe Stunde dann gesessen haben. Wie war das nochmal? Ah, das waren immer diese Portale, die sich tatsächlich auflösen, wenn man immer durch diese Dinger hier durchlust, ne? Ja, genau. Und wir haben dann immer geschafft, dass dann ein Portal richtig war und eins hat dann noch gefehlt. Scheiße, wie war das noch gleich? Wo müssen wir überhaupt hin? Das ist die erste Frage, die wir klären. Wir müssen hier über mich. Hier oben. Da ist nämlich diese schräge Fläche, da müssen wir hoch. Ja. Da kann man aber nichts hinsetzen, das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Da kommen wir gar nicht hin. Aber doch, 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 doch. Ähm. Geh mal... Geh mal hier auf dieses blaue... Lass dich mal unten auf dieses blaue Ding da fallen. Siehst du das? Mein Ding, was ich da gesagt habe. Ich kann mich da nicht drauf fallen. Ah, das kann ich keiner so machen. Komm mal, nee, geh doch hier drauf. Nein! So. Du kannst einfach da drauf gehen. Wo drauf? Auf das Ding, was ich da unten hingebaut habe. Mein Laserportal. Ich bin jetzt drauf. Jetzt musst du hier hinten durchlaufen, andere Seite. Genau. Jetzt bin ich da, jetzt bin ich auf dem sicheren, da kannst du alle Portale wegnehmen, da passiert nichts. Genau, jetzt setze ich mal, einfach mal das Verfahren, das hellblaue, hier hin. Ah, das reicht, nee, das geht steil hoch. Das ist Quatsch, nee, nee, warte. Nee, da kannst du nicht hin. Das hatten wir auch mindestens 20 Mal, dass die gedacht haben. Ah, man kann doch da hoch. So, und jetzt... Ah, jetzt, jetzt, jetzt musst du, Gregor, jetzt musst du von da aus, gehen wir auf das Safe, auf das Safe. War hier nicht irgendwo ein Katapult oder so? Ja, 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 das ist da unten. Wo? Jetzt musst du, du musst quasi... Äh, warte, ich setze jetzt, bleib mal da. Ja? Ich setze jetzt ein Portal, das hellblaue hier hin. Jetzt geh mal auf das hellblaue. So, jetzt setzt du ein... Du kannst ja jetzt da runterspringen, ne? Ja. Jetzt setzt du ein Portal hier über den Katapult. Ja? Ja, hab ich... Und jetzt gehst du wieder hier hoch. Auf das Safe. Ja. Genau. Jetzt setzt du das andere hier auf diese schreige Fläche. Ah, ja, tatsächlich. Du musst aufhören, sonst kann ich nicht zielen. Jetzt kann ich hier durch. Was? Du bist safe. Du kannst nachher nicht mehr zurück. Du bist jetzt erstmal safe. Ja. Jetzt lass ich mich da rüber schießen. So. Jetzt hast du das gelbe Portal da, das rote da. Jetzt muss ich das... Jetzt fliegst du da hin. Jetzt, äh... Jetzt, äh... Musst du das hier hier hinsetzen. Ja. Und dann, äh... Ja, ich weiß... Jetzt muss ich... Jetzt muss das so sein, dass ein... Die Frage, was ist da oben? Wenn wir wissen, was da oben ist. Ach so, ne, ne, ne. Ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Wenn ich jetzt das blaue... ...habe ich jetzt hier. Aber jetzt... Jetzt kann ich ja... Jetzt kann ich ja... Du musst das eine da hin und das andere da hin. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. So. Jetzt muss ich nämlich runterspringen. Das dunkelblaue muss ich gleich umsetzen. Ja, ja. Das dunkelblaue muss ich gleich umsetzen. Ähm... Das dunkelblaue muss ich umsetzen. Du musst jetzt deins... Ja, ja. Schon klar. Genau. Oh, ist was kompliziert. So, jetzt das dunkelblaue... Du musst auch runterkommen, weil wir jetzt beide durch mein Ding durch können. Okay, das war doch jetzt relativ einfach. Ja, da haben wir letztes Mal stundenlang für gebraucht. Das weiß ich auf jeden Fall noch, dass wir da dann gesessen haben. Wie geht das? Jetzt musst du zuerst, weil meins ich ja auflöse. Alter, wie einfach war das denn jetzt bitte? Ja. So übelst einfach war es jetzt nicht, aber das war auf jeden Fall nicht irgendwie... Na, halbe Drücke, oder? Das war jetzt gerade mal fünf Minuten. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Verständlich. Das wäre, als würde man mich bitten, mit dem Essen aufzuhören. Ich meine, das letzte Mal haben wir ja gespielt von einem halben Jahr damals. Ja. Und da haben wir einfach mal da dran gesessen, haben dann da noch ein Portal hingesetzt und das geht nicht. Und diese komische Schräge, wo man nicht drüberlaufen kann, weil man oben gegen die Kante stößt. Das haben wir mit... Da muss man doch hochgehen. Ja. Ja, aber manchmal ist es halt auch mal was anderes, wenn man irgendwie ganz neu an einem anderen Zeitpunkt anfängt. Das macht schon viel aus. Ja. Vor allem haben wir es ja noch im Unterbewusstsein irgendwo. Ja, gut. Das auch wahrscheinlich. Ja. 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 Ja.